Jo, servus Leute, da bin ich. Jetzt filmen wir den Gewitterabend am 9. Juli 2017 um 23.21 Uhr. Am späten Abend. Wir verspannen, wir euch einmal nachts Gewitter filmen. Ah, hier hinten kam gerade einer. Ah, ist leider verpasst. Aber ich filme das Handy, den Handy film ich gerade von meinem Vater, weil leider ist mein Handy die Scheibe kaputt und noch leider das Display ist leider hinüber. Ich warte nur darauf, dass ich das neue Handy habe, dass ich das weiter über mein Handy filmen kann. Sage ich euch nur Bescheid, Leute. Und jetzt versuche ich, alle Blitze im Kasten zu haben. Da den ersten hätten wir schon mal nach 40 Sekunden. Und mal gucken, wie flue. 23.22 Uhr. Oh, Leute, habt ihr den Blitz gesehen? Das wird spannend. Es ist gerade schwierig, das Handy zu halten. Aber ich versuche mal zu halten, dass ihr was sehen könnt. Die Blitze zu gucken ist spannend. Aber sorry, Leute, dass es leider zu dunkel ist dafür. Bitte nicht böse sein, okay? Und habt ihr den Blitz gesehen? Und jetzt haben wir schon 23.22 Uhr am 9. Juli 2017. Seht ihr, Leute? Na, habt ihr schon den Blitz gesehen? Ich habe jetzt ein paar Blitzer auf der Kamera drauf. Gleich laden wir das Video hoch. Aber erstmal drehen wir fertig. Oh, habt ihr das gesehen gerade, Leute? Eieieiei, was für ein Gewitter am 9. Juli 2017 um 23.23 Uhr. Mama Mia, so spät draußen und so spät jetzt. Und es pinkelt noch runter. Alles pisst hinunter. Ja, Leute, sorry wegen des Wortes. Aber es pisst hier runter, der Regen im Hessen. In Großauheim ist der späten Abend am 9. Juli 2017 um 23.23 Uhr. Mama Mia, was für ein Pisswetter heute jetzt. Natürlich um 5.30 Uhr kommt da so ein Gewitter hierher. Naja, manchmal verpasse ich halt ein paar Blitze. Oh, jetzt habe ich den wieder gleich 3 Minuten vorbei und danach ist es schon 23.24 Uhr. Leute, ich versuche mal gleich den zweiten Teil zu filmen. Ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen, wenn euch das gefallen sollte. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich oder schreibt es auch in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.